Daniel Friedrich Sturm von der Welt begrüße ich sehr herzlich in Berlin. Einen schönen guten Tag dorthin. Guten Morgen, Herr Saar. Herr Sturm, wenn wir auf die AfD schauen, für welchen Gesprächsstoff sorgt sie im Moment in der Hauptstadt? Ja, da ist ja zum ersten Mal parteiintern richtig krach. Den hat es ja in der Vergangenheit auch schon gegeben. Aber das scheint doch ein neues Ausmaß, eine neue Dimension zu sein. Frau Petry musste ja gestern einen Beschluss des Vorstandes mit unterstützen und mit unterschreiben, wo klargestellt wird, dass es zu einem solchen Schusswaffeneinsatz nicht kommen solle. Das ist natürlich schon was ganz anderes, als was sie noch kurz zuvor vertreten hat. Da ist, glaube ich, jetzt doch relativ viel Druck im Kessel. Die Bild-Zeitung spricht schon mit der Schlagzeile über, die AfD sucht eine Alternative für Petry über eine mögliche Nachfolge. Unter dem Strich hat sich diese Woche für die AfD gelohnt, was die Akzeptanz in der Bevölkerung und auch in der Berliner politischen Establishment angeht, oder eher geschadet? Nein, das war natürlich eine totale Radikalisierung, inwieweit das jetzt elektoral, also beim Volk auf Unterstützung stößt. Das wird man bei den Umfragen in den kommenden Tagen und Wochen sehen. Ich glaube, dass es eine aufklärerische Äußerung von Frau Petry war. Jetzt sieht man, welches Geisteskind diese AfD ist. Denken Sie an die AfD, die Professorenpartei zurück vor der Bundestagswahl 2013, als es ja im Wesentlichen um den Euro und um Griechenland ging. Das war ja eine sehr moderat auftretende Partei. Da wäre keiner auf die Idee gekommen, sie rechtsextrem zu nennen. Auf diesem Weg ist sie jetzt jedenfalls. Und jetzt wird man sehen. Es wird, wie gesagt, schon spekuliert, ob womöglich Alexander Gauland Frau Petry ablösen wird an der Spitze der Partei. Gucken wir ein bisschen auf die Regierungsarbeit. Die Koalition hat sich ja geeinigt auf das Asylpaket 2 diese Woche im Kabinett. Ist das eine Rolle vorwärts oder eine Rolle rückwärts in der Einwanderungspolitik? Das war dringend nötig. Ich meine, dass die drei Parteien es sich geleistet haben, da monatelang noch drüber zu streiten, nachdem die drei Parteivorsitzenden ja schon eine entsprechende Einigung erzielt hatten, ist eigentlich ein Unding. Jetzt geht es, glaube ich, aber umso schneller. Und bemerkenswert ist ja auch der Wandel in der Rhetorik in den vergangenen Tagen. Frau Merkel hat ja die Flüchtlinge angesprochen am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern, hat sie mit ihr angesprochen und gesagt, ihr müsst dann irgendwann auch mal wieder zurückgehen. Das habe ich so bislang noch nicht von ihr gehört. Im Internet kursiert ein Video, wo Frau Merkel einen Versuch, ein Selfie zu machen mit Flüchtlingen abwehrt. Und Frau Nahles hat ja jetzt auch noch mal einige Dinge klargestellt, meines Erachtens ganz normale Dinge. Aber die Rhetorik ist natürlich schon bemerkenswert und natürlich gibt es einen Zusammenhang mit den Landtagswahlen, die in knapp sechs Wochen anstehen. Nochmal gefragt, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts oder quasi etwas, was schon lange im Raum war und was jetzt quasi nur verbal Ausdruck findet? Ja, in der Tat. Also das war ja angepeilt. Dann gab es eben diesen Streit um die Frage, inwieweit man also diesen Familiennachzug gewährt. Das ist jetzt abgeräumt. Ich glaube, dass die Koalition aber, dass das nur ein kleiner Schritt ist, dass jetzt weitere große Schritte werden folgen müssen. Die Frage ist ja jetzt, wie die eigentliche Integration vorankommt. Da bei diesen jüngsten Beschlüssen ging es ja noch gar nicht um Integration, da ging es ja im Grunde um Krisenmanagement. Die große Frage ist doch, wie wird jetzt Bildung, wie wird Spracherwerb und so weiter unterstützt? Und Frau Nahles hat ja mit dieser Ansage, dass möglicherweise auch das Asylbewerberleistungsgesetz geändert werden muss, auch einen deutlichen Flock eingeschlagen. Ich halte das für richtig. Teilweise ist das übrigens schon Rechtslage. Also bevor ein anerkannter Asylbewerber hier den Hartz-IV-Satz bekommt, wird natürlich das sogenannte Schonvermögen, also alles, was er an Geld und Vermögen hat, angerechnet. Das sind de facto natürlich nur relativ wenige Fälle, aber ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch um dem Volk zu zeigen, dass der Sozialstaat in Balance bleibt. Eine kurze Frage habe ich noch. Frank-Walter Steinmeier, der Außenminister, ist auf Auslandsreise. Die ist nicht ganz unumstritten. Höre ich, es geht Richtung Iran und Saudi-Arabien. Welchen Reihen macht sich Berlin darauf? Ja, der ist ja sehr, sehr früh aufgebrochen. Heute Morgen ist jetzt erst bei dem Anti-ISIS-Treffen in Rom und dann geht es weiter in der Tat nach Teheran. Und dann nach Riyadh. Es gab Kritik etwa von Norbert Röttgen an dem Besuch dieses Kulturfestivals in Saudi-Arabien. Er hat so ein bisschen gesinnungsethisch argumentiert, Röttgen meine ich, und gesagt, das sei nicht nötig. Und warum solle man das überhaupt tun? Steinmeier wiederum ist ja jemand, der immer wieder darauf verweist, wir müssen mit allen reden. Wenn wir nur mit denen reden, die wir mögen, dann können wir uns darauf beschränken, Außenpolitik mit Luxemburg zu machen. Er sagt, er hat angekündigt, er werde das Thema Menschenrechte ansprechen. Man kann gespannt sein, wie intensiv er das tut. Beim letzten Besuch in Saudi-Arabien im Oktober war das etwas verdruckst, so scheint mir. Dankeschön, Daniel Friedrich Sturm, für diese Einschätzungen. Daniel Friedrich Sturm von der Welt war das. Einen schönen Tag nach Berlin. Ihnen auch, danke. Vielen Dank.